Amira und Oliver Pocher. Trotz Trennung, in eine große TV-Show traut sie sich nicht ohne ihn. Eigentlich haben sie sich getrennt. Doch im kommenden Promis-Special von Wer wird Millionär? Treten Oliver und Amira Pocher gemeinsam an. Als Eheleute haben sie einen Schlussstrich gezogen. Amira, 31, und Oliver Pocher, 45, sind getrennt, auch wenn er sich weiterhin eine gemeinsame Zukunft gewünscht hätte. Nach der emotionalen Nachricht, die der Comedian Amira zu ihrem 31. Geburtstag öffentlich bei Instagram gewidmet hat und damit zahlreiche auch prominente Leser rührte, gratulierte er ihr nun erneut, mit wunderschönen Bildern zum vierten Hochzeitstag. Punkt gar nicht gefiel Amira allerdings, dass Oli bei seinem Geburtstagspost auch ein Foto veröffentlicht hatte, das sie mit einem ihrer gemeinsamen Söhne zeigte. In der neuen Ausgabe ihres gemeinsamen Podcasts Die Pochers, Podimo, kritisierte sie, es gehe einfach niemanden etwas an, wie das Kind aussieht, welche süßen Familienfotos wir haben. Amira und Oliver Pocher trotz Trennung gemeinsam bei Wer wird Millionär? Solchen Diskussionen und ihrer Trennung zum Trotz wird man die Pochers in Kürze wieder gemeinsam im Fernsehen Seite an Seite sehen. Ebenfalls in ihrem Podcast gaben sie bekannt, dass sie im prominenten Special des RTL-Rate-Klassikers Wer wird Millionär? Mit Günter Jauch, 67, Antreten, das am 16. November im Rahmen des RTL-Spenden-Marathons ausgestrahlt wird. Die neueste Folge des Podcasts zeichneten die beiden genau einen Tag nach Aufzeichnung des WWM-Specials auf. Zwar durften sie keine Details zum Verlauf der Sendung, zu Fragen und erspielten Summen preisgeben. Sie berichteten aber, wer mit ihnen in der Show für den guten Zweck Fragen beantwortet, neben den Pochers sind laut Olli auch Comedian Thorsten Sträter, 57, Ex-Fußballmanager Rainer Kallmund, 74, und Sänger Sascha, 51, die Kandidaten. Weiter verrieten die beiden, dass eigentlich zunächst nur Amira von RTL für die Show angefragt worden war. Du hättest allein hingehen können, wenn du gewollt hättest, sagte Oliver zu Amira. Doch ihr war die Sache nicht geheuer, ich habe mich nicht getraut. Sie erklärte, ich habe immer schon gesagt, ich würde ja niemals hingehen, das würde ich mich niemals trauen. Und dann kam die Anfrage. Und ich so, ne, auf gar keinen Fall, da gehe ich nicht hin. Amira Bocher wollte nicht allein zu WWM, habe mich nicht getraut. Dann habe ihr Manager die glorreiche Idee gehabt, vielleicht könnt ihr ja sogar zusammen hin, immerhin sei Olli ein alter Wer-Wert-Millionär? Hase. Er war zuvor bereits zweimal im WWM-Prominenten-Special angetreten. Und dann habe ich gesagt, ja, gut. Mit Olli gehe ich da schon hin. Und so ist das entstanden. Dann saßen wir am Ende zu zweit dort, erzählte Amira und versicherte, dass sie Olli, wäre sie doch allein angetreten, hundertprozentig als Telefon-Gioca eingesetzt hätte. Das ist nett, danke, entgegnete der Trocken. Ein wenig gab er dann doch auch vom Verlauf der Show preis, so sind wir zu zweit da gewesen und hatten wirklich einen sehr unterhaltsamen Tag. Thorsten Sträter ist ja auch wahnsinnig lustig. Der war das erste Mal da, er war wirklich ein bisschen nervös und aufgeregt, hat das aber auch wahnsinnig lustig gemacht. Punkt Wer-Wert-Millionär-Promi-Special? Neben den Pochers auch Thorsten Sträter, Rainer Kallmund und Sascha dabei. Sie seien eine sehr lustige Runde gewesen. Am Anfang hilft ja jeder ein bisschen dem anderen auch mit. Dann ab einer gewissen Summe muss jeder für sich allein spielen. Es sei auf jeden Fall ein lustiger, langer Abend gewesen. Punkt Amira Bocher zeigte sich beeindruckt von dem Wissen, das viele Zuschauer im Publikum offenbar parat hatten. Die sind alle total schlau. Die haben immer alle genickt, nicht eingesagt. Man hat den Eindruck gegabt, dass sehr sehr viele die Antwort kannten, wo wir den Joker brauchten. Punkt Insgesamt fiel Amiras Fazit nach ihrem Wer-Wert-Millionär-Debüt sehr positiv aus, ich fand's sehr, sehr cool, betonte sie. Olli und sie seien auf dem Gebiet auch schon ein bisschen geübt gewesen. Wir hatten ja schon die ein oder andere Quiz-Sendung zusammen gemacht und wissen, dass das ganz gut funktioniert immer, sagte sie. Punkt Oliver Bocher, zu zweit spielen ist nicht unbedingt besser als allein. Laut Olli ist Raten im Team aber auch nicht immer nur von Vorteil, wenn etwa der eine sich bei einer Frage sicher sei und der andere nicht, es hat noch eine andere Dynamik. Zu zweit spielen ist nicht unbedingt besser als allein, muss man auch ehrlicherweise sagen, meinte er. In Zukunft wird man Amira in der Show aber vielleicht ohnehin auch mal Solo auf dem Ratesstuhl sehen. Denn sie verriet, ich würde mich das eventuell jetzt auch mal allein trauen. Koenig-Leist-Leist-Leist-Leist-Leist-Leist. Wo ist es mit dem Ratesstuhl?